Unterwassermeld Es ist ganz einfach faszinierend, die Unterwassermeld. Jemand, der sich ganz besonders wohl fühlt in diesem fremden Element, das ist Kathrin Hofstetter. Ganz herzlich willkommen, Kathrin. Merci. Bei unserem Besuch heute im kroatischen Camp haben wir auch etwas erstaunt festgestellt, dass sie ganz im Gegensatz zu den Schweizern hier in einer einfachen Unterkunft auf dem Land leben. Bonjour, Kathrin. Bonjour, ihr Melodien, die dieser schöne Tag mir bringt. Bonjour, Kathrin. Die Melodien ziehen ins Herz, das nun von Liebe sind. Ich werde noch auf dem Rauchen. Du kannst mich nicht rumrum rauchen, wegen der Luftverlust. Am Himmel tausend Sterne stehen. Die Panik, da gibt es aber wirklich überhaupt keinen Grund. Danke, Felix Blumner. Wir werden in jedem Fall die ganze Nacht hier bleiben in der nationalen Alarmzentrale und alles mitverfolgen für Sie verpassen Sie also morgen 10 vor 10 nicht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das nächste MTV sehen Sie Mitte Juli. Bis dann. Auf Wiedersehen.